Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part-Chenk. So, weiter geht's. Hier durch diese... Oh, hier hat's gerade... War das gerade ein Speicher-Symbol? Scheint wohl so. Oh. Schaden nimmt er kaum, also muss es irgendwo einen Trick geben. Das wird wohl auch nicht funktionieren, ne? Nein. Da macht er mich ja fast glatt, hey. Wie ich immer schön in die halte Richtung aufschieße. Ja, ich sollte ihm nicht zu nahe kommen, ja. Na gut, ich muss halt mal ein paar Dinge ausprobieren. Oh, what the fuck? Ah. Hä? Mache ich hier... Drücke ich die falsche Taste? No, das wirklich. Rüsch! Hösch! Okay, irgendwas wird falsch Was ist das? Hä? Okay Jetzt geh ich doch wieder mal in die Option und Was? How to play? Okay, das könnte ich mir natürlich auch mal angucken Ja, sehr schön Next Naja, alles interessant Controls Naja Ich muss nochmal genauer Okay, dann hat er mich das erste Mal blatt gemacht Ja toll, das war jetzt viel zu schnell weg Ja toll Ich verstehe halt echt nicht, was ich da an der Stelle machen soll Ja, ich finde das ist lustig, ja, ich weiß Egal was ich mache Ich Ja, komm Ich verstehe nicht, was ich machen muss Das ist mal wieder richtig toll Oh man Lass mich doch mal da vorbei Ich verstehe echt nicht, was Dieses Symbol sein soll Das hier Aber Pfff, ne Wo mache ich Na Oder muss ich irgendwas ganz bestimmtes machen? Ja Ja Äh, was zum Teufel soll ich denn da machen? Okay Ich muss jetzt hier verschiedene Dinge ausprobieren Oder muss ich die Na Na Auch nichts Ja Scheiße Ja Ich verstehe Ja 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 Oh Was ist das? Ich habe so das Gefühl, dass es hier eventuell... Na, Mist. Mann, lass mich doch mal kurz... Würdest du mich mal ganz fix... Hier... Bisschen... ... ... ... ... ... ... ... Was? Ich weiß, ich habe es gerade ausgelöst. Follow him to find the girl. Then kill both of them. You said you'd only test him. It is a man's own mind, not his enemy or foe, that lure him to evil ways. Will you stop that shit? I never understand you. Shank made his choice when he shot Rudy. Just as you will make your choice now. You led them right to her. No. Okay, let's move. You are doing the best. I will be there. Let's get out. You are doing the best. I don't care what you have to do. I don't care. I'm consomming the good one. I'm not sure you have to do it. I don't care. I'm not sure you will do it. I'm not sure you have to do it again. Das wird nix was ich da mache Ach, come on Das ist jetzt mal wieder richtig toll Ich darf natürlich nicht Das war natürlich kein Checkpoint Das war jetzt nur eine kurze Unterbrechung Ach, man Was ist 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 Da kommt jetzt wieder diese Sequenz Was ist Wieso kann ich das nicht mehr machen Was ist 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 Was ist